Mein Name ist Professor Peter Nioff, bin ein Schleswig-Holsteiner, komme aus dem Kieler Raum, bin jetzt seit drei Jahren am Sana Klinikum. Grundsätzlich stehen dem Patienten am Sana Klinikum Offenbach verschiedene Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Angefangen von einer einfachen aktiven Überwachung, das kommt für bestimmte Erkrankungen in Frage, bis hin zur definitiven Therapie in Form von Operation und Strahlentherapie. In Offenbach bieten wir eine interdisziplinäre Sprechstunde an, wo gemeinsam Urologe und Strahlentherapeut den Patienten beraten hinsichtlich der Therapiemöglichkeiten bei Prostatakarzinom, sodass der Patient umfassend informiert wird über die Art der Therapie, Operation oder Strahlentherapie, aber auch über das Nebenwirkungsprofil und die Risiken der jeweiligen Therapien, sodass der Patient optimal informiert wird über die Behandlungsmöglichkeiten und dann aufgrund dieser Information seine Behandlungsoption wählen kann.